Moin! Leute! Also heute spielen wir eine Runde Mario plus Rabbids Sparks of the Hoop. Ja, wir beginnen schon. Es wird bestimmt schön sein. Mal schauen, was wir heute schaffen. Also ich habe es schon vorgespielt. Wir sind schon in der zweiten Welt. In der Snow Welt. Also in der Schneewelt. Ja. Und jetzt geht es los. Natürlich geht es los. Äh, das brauche ich nicht. Beenden. Okay, also Spielfolge schritten. Natürlich 17 Prozent. Naja. Ist schon nicht gut. Und jetzt geht es los. Komm schon, schneller. Schneller. Ja, endlich. Oh, sofort ein Kampf? Ist mir noch nie passiert. In meinem Leben. Äh, jetzt schon ein Kampf? Komisch. Aber ich soll eine Steinmaske zerstören. Es gibt viele. Oh, was ist das? Alien. Äh, ich will den Rückgang sitzen. Aber wenn Schlaf gewinnt, ist es möglich ein Autos. Sonst sitze ich hier fest. Okay, das kenn ich. Das kenn ich. Okay. Diesen Kampf habe ich mal gewonnen. Und der ist sehr einfach. Also ich könnte... Okay, dann benutze ich halt einfach den Einzelblick. Also Einzelblick. Egal, das war gerade nicht gut von mir, dass ich es einsetze. Aber ist mir egal. Jetzt muss ich ganz kurz. Jetzt muss ich ganz kurz ziem springen. So lange... Bis... Hier. Stoppen. Hier stoppen. Hier stoppen. Hier stoppen. Hier natürlich hinschießen. Oh, hier bin ich gleich tot. Okay, 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 okay. Boah. Hier bin ich mal nochmal. Mitreten. Habe ich schon. Oh, hier bin ich gleich. Hier bin ich gleich. Dann einfach, oh, hier bin ich. Okay. Wer kann... Also, hier bin ich aber... Ich brauche jetzt ein Schutzschild, wegen, was kann ich, glaube ich, was, aber das bringt mir nichts, außer ich bewege mich dahin, oh, ich kann die, greifen, aber, ging das dann, komm, lass dies spielen, ich kann nicht reden, okay, Ah, co potны, Ah, well it, Hat Maine, Nein, das ist schlecht, Okay, treten kannst du mich nicht. Okay, 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 okay. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Was hat er? Hier. Hier. Hm, hm. Ah. Er ist ein Spritzer. Er ist um Spritzer empfindlich. Okay, dann sollte ich das nicht nutzen und ihn einfach abschießen. Ich bin natürlich drin. Ja. Was könnte ich jetzt machen? Ich konnte mich nicht heilen. Hm. No, konnte ich schon nehmen. Ist das mal Mario drin? Super. Erst mal ein Grätschen. Oh, der ist gegen... Ist der gegen... Der ist... Konnte doch... Oh, er ist gegen... Er kann mich dann nicht sehen. Das ist gut. Weg. Weg. Er sieht mich da nicht. Er sieht mich nicht. Ja. Okay, jetzt noch Rebbit Peach. Okay, wohin. Oh, ja. Nein, ich will den da oben abschießen. Boom, boom, boom. Ja. Ja. Konnte ihn vielleicht. Ja, das könnte ich noch so warten. Jetzt muss er. Spiegelt sich der Angriff. Was er machen wird. Fast macht jeder nichts außer der Letzte. Der schießt und es kommt ein Portal. Er ist schlecht. Jetzt könnte ich vielleicht Slimey einlädtzen. Bei der nimmt Schaden ab. Und noch. Und jetzt könnte ich... ...den... ...zwei Mal abschießen. Und ich könnte ihn töten. Schaffe ich aber nicht. Oh, das ist nicht gut. Das ist eine gar nicht gute Nachricht. Okay, ich töte ihn erstmal. Erstmal... Ich kann ihn nicht treffen. So könnte ich... ...hah. Getötet. Also... ...Caption Remu. Der kann nichts... Der ist sieken. Sieg gut shot. Oh, nein. Könnte ich ihn da hinten? Oh, nein. Ich kann ihn nicht... ...heiß oder... ...warium. ...warte, warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Ganz kurz. Er... ...also... ...er tut sich selber... ...tut. ...her tut sich schon, was ist... ... halt da... ... Wabbit Peach geht nach vorne aber wegen dieser Luft geht er nicht nach vorne niemand sieht mich hier nicht oh warte ich muss ihn erstmal schnell grätschen da rüber und du schießt mich ja heil ich heil uns das wird schon gut geheilt und jetzt jetzt muss ich dich treffen können oder kann ich dich immer noch nicht oh und ich will dass Mario den Finale ich hab noch das will töt' ich den Portal nein das schaff' ich ich töt' ihn nein nicht das ist ja nicht mehr der Finale oh man aber irgendwas ist es mindestens yeah yeah ja okay ich nehme noch die Heldensicht oh Luigi kann noch was machen da ganz unten was könnte Luigi da ganz unten machen gar nichts natürlich aber egal ich könnte den Eisenblick nehmen aber der Eisenblick geht sehr weit weit geht er okay und jetzt sagt ich sollte das nehmen ich hab aber das der Heil dafür seine Kraftpunkte sind voll dann lass ich die er kommt so raus eigentlich sollte man ihn tippen ja ja okay jetzt kommt Luigi fort so dann könnte Mario nein vorne gehen so fies halt aber 10 Uhr zu ihm gehen ich will den nichts antun ich will den nichts antun ich muss nur abschießen das passiert ja auch nichts okay nein 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 er hat auch bei mir und laut zu weit zu weit warte der kann nicht springen 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 wir warte entgegen was ist das denn finde ich ich schieße es einfach also schon cool okay jetzt kann Luigi nichts mehr machen kann Mario was noch machen ja er konnte einen Pils nehmen wo ist er geheilt zumindest er springt natürlich oh ich werde es erst mal bis hier schauen egal ich betritt ja die Röhre ja ich weiß was ich mache ich ich lage das da also hier beste Taktik ich habe jetzt eine schlechte Position außer neben mir sind welche doch neben mir sind viele aber vor mir ist direkt einer aber ich habe ja Schutz was kann sie hier ich habe noch Immun er hat kein Immun mehr egal dann nimmt er halt Immun hat er wieder Immun natürlich exkludiert er bei mir er exkludiert nur bei mir egal ich bin unempfindlich gegen Eis bin richtig empfindlich gegen Feuer aber du bist unempfindlich gegen Eis was stimmt ich 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 ja er ist bestimmt empfindlich gegen Feuer bestimmt tot er zeigt schon mir ein toten Kopf er ist schon er ist schon ich habe ihn nicht getroffen nein doch nicht getroffen ich jetzt richtig ernsthaft ich kann slime was machen nein da muss wer viel spielen sie springt sie ok sie springt sie springt sie springt sie springt sie springt wo kommt sie wo kommt sie ja so ja und ich mich eine gute position und tötet ich tschüss boom 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 yeah getötet ich bin scheinempfindlich gegen Eis ich kannte nichts außer immun jetzt gerade was noch hab ich noch oder auch zügig immun jetzt haben alle immun jemand ist mir empfindlich gegen irgendwas jemand ist mir empfindlich gegen irgendwas das ist sehr gut was machst du aber ich bin unempfindlich ok ok warte ich lass mal wieder ein bisschen rein dass du springen kannst perfekt denn das seit wo ich springen muss ja ich kann die rasen da kann ich ihn aufnehmen da kann ich die hier hinwerfen das sind die das ist ich zum val Egal. Das ist nein. Ja, alle. Alle kriegen Leben. Alle. Aber sonst schlau. Jetzt kriegen alle Leben. Jetzt kann ich einfach schießen. Nein, ich will schießen. Nein, keine. Ich wusste es doch. Aber ich will das nur ganz kurz. Okay. Ich verstecke mich lieber hier. Und dann kann nur noch Luigi was machen. Was wird er machen? Ich will die betreten. Ja, ich zogen. Ich könnte springen. Bei Luft. Luft, Luft. Alle entwicklen. Warte. Jetzt, jetzt. Nein, sag nicht wegen dem Schutz. Oh, ja. Hey, Luigi. Let's go. Oh, ho. Sofort perfekter Treffer, alles gemeistert. Sie könnte noch springen, das ist schlau, weil sie springt ja, ich lande hier. Ich habe ein bisschen in die Linie rein. Ein bisschen. Okay. Es trifft nur eins. Hat das kein... Sie trifft zweimal nicht eine Bombe. Ach so. Sie trifft nicht mal. Sie trifft mindestens einmal eine Bombe. Ernsthaft. Eine Bombe. Geil. Diese Bombe hat sich bewegt. Ich weiß, das ist dir nicht egal. Ich werde einfach. Ich benutze die Bombe. Ja. Boom, boom, boom. Das war endlich. Here we go. Jetzt bin ich ein bisschen. Wie ich wusste. Außerhalb der Spielfilze. Dann gehe ich wieder weg. Ich könnte nichts anderes sagen. Warte. Außer wenn ich... Aber soll nicht Mario das erledigen? Außerhalb der Spielfilze ist. Ich muss nichts sagen. ganz gar niemand okay ich lasse die ganz genau immer dies die müssen ich bin mittendrin ich tue nicht das ich tue dies ich treffe dich nicht an ich tue hier den Rest okay dann nehme ich mal so chill und lasse Mario springen weil er darf länger in mir springen deswegen bye bye die die hat noch eine chance bitte du bist du bist ich könnte einfach und und mindestens dann muss die kann nichts anderes da wird bestimmt katschen ähm was soll ich hin bin zumg er existiert ist okay wird das nicht nutzen Hm? Ah, dann... Ich könnte da hin. Dann könnte Mark da hin. Bitte nicht. Scheiße. Da ist ein Ding. Ich könnte es nicht rein. Ich bin nicht. Nein, ich bin nicht rein. Wichliwäh. So, zehn. Ja, ich habe durchfacht gewonnen. Also wir sehen uns im nächsten Video.